Okay, das ist soweit. Hey, ich hab mir das genau überlegt, ja? Das funktioniert nicht. Was? Das ist so, das ist, ich hab mir alle jeden Plan und so. Das ist total Quatsch, was wir machen. Sag mal, du gehst da jetzt rein, holst das verdammte Ding raus und kommst hier her. Aber, ey, überleg mal, die anderen haben es auch nicht geschafft. Dieser Plan hat mich zwei Monate gekostet. Aus jetzt, verdammt. Okay, ich bin drin. Sehr gut, geht jetzt weiter, wir sind durch die Tür. Ich will, die Tür sind zwei. Die Linke oder die Rechte? Die Linke, die Linke. Bist du dir sicher? Ohne Prozent, die. Wie zu? Geh rechts, rechts. Bist du dir sicher, dass hier keiner ist? Na klar. Sei jetzt nicht so querulatisch. Das Gebäude steht seit zehn Jahren leer. Geh jetzt weiter. Da müsste jetzt eine Treppe in den Keller führen. Warte, Moment. Ja, da ist eine. Moment. So. Tja, der Keller ist für mich eine Grauzone. Da weiß ich selbst nicht weiter. Also, viel Glück. Ja und, was siehst du? Sag doch was. Hast du es gefunden? Ich hab's. Ich hab's. Was ist das? Der Zelt ist runter. Was rollen? Ehrlich, da läuft was runter. Was soll ich tun? Ach was. Nehm die Kiste einfach mit. Geh da los. Die Kiste mitnehmen. Du hast doch einen Knall. Ich hab dir von Anfang an gesagt. Das ist Quatsch. Ey, ich geh weg. Oh, mein Terrell. Oh, mein Terrell. Wah. Was soll es? Vielen Dank.